Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Tipp Linux. Gelöschte Dateien wiederherstellen. Normalerweise ist es so, dass die Daten, wenn Dateien gelöscht werden, nicht wirklich gelöscht werden. Gewissermaßen werden nur die Namen der Dateien aus dem Inhaltsverzeichnis gestrichen. Die Daten an sich bleiben auf dem Speichermedium. Dateien können so durchaus wiederhergestellt werden. Die Tools ext-underlete und ext-for-magic wurden genau für diesen Zweck entwickelt und können per Paketmanager installiert werden. Bei Linux Mint zum Beispiel mittels Commando, SUDO, APT-GIT, Install, ext-for-magic und ext-underlete. Nun zur Praxis. Auf meinem USB-Stick Partition dev, sdb1 und Dateisystem ext4 waren im aktuellen Verzeichnis-Files mehrere Bilddateien, die mit rm, wie man hier sieht, gelöscht wurden. Per SUDO, ext-underlete, angabe der Partition, minus minus restore, minus directory, aktuelles Verzeichnis, hier Punkt Schrägstrich, das Verzeichnis, wo die Dateien gelöscht wurden, minus minus output, minus dir und dann Recover-Verzeichnis, hier Home, Paul, Recover. Ja, werden alle Dateien in dem angegebenen Verzeichnis wiederhergestellt. Es ist zumindest der Versuch. Und Enter. Ja. Die Dateien landen dann hier. Recover-Files. Files. Und da sind die Dateien. Wurden die Daten der gelöschten Dateien schon durch andere Dateien überschrieben oder wurden die Dateien richtig gelöscht, kann man sie mit diesen Tools nicht wiederherstellen. Das Recover-Verzeichnis sollte ein externes Verzeichnis auf einem anderen Speichermedium sein. So werden die gelöschten Daten nicht aus Versehen überschrieben. Mit minus minus restore minus file kann man einzelne Dateien, wenn man den Namen noch weiß, wiederherstellen. Und nochmal, gleiche Situation auf meinem USB-Stick, devsdb1, wurden alle Bilddateien im aktuellen Verzeichnis Files mit rm gelöscht. Diesmal kommt ext4magic zum Einsatz. Ich gebe ein, sudo, ext4magic, dann Angabe der Partition, devsdb1, minus r, was so viel bedeutet wie Versuche, alle Dateien, die in den letzten 24 Stunden gelöscht wurden, auf dem USB-Stick, Partition, devsdb1, wiederherzustellen. Und dann minus d, Angabe des Recover-Ordners und Enter. Und da sind die Dateien. Mit MAN, Leerzeichen, ext4magic und MAN, Leerzeichen, extunlead, bekommt man genaue Erklärungen zu den einzelnen Optionen. Das war User Powerful Home Screencast. Ciao und viel Glück. breathing Anschein ab. g Untertitelung des ZDF, 2020